Was machen wir denn? Ich weiß, was wir machen. Ja, Schurke wahrscheinlich. Ja, das kannst du vergessen. Da ist ja egal, welches Equip man hat mit der Ladung. Ja, nicht unbedingt. Ich kann das trotzdem mal ausprobieren. Doch, eigentlich schon. Ich glaube, wenn ich mit dem Schurken... Das ist für dich die beste Wahl. Speer oder FK. Wegen Stun. Ich muss mich verarschen. Ja doch, komm, ich will mal aus Spaß. Okay, dann mach ich halt FK, wenn du das so willst. Und ich hab jetzt wenigstens bei den Zwanziger drauf. Was? Ich hab jetzt wenigstens bei den Zwanziger. Hm, wow, ist der jetzt Job 20? Ja. Okay, weiter auseinander. Wieso? Ich hab doch keine große Range. Ach komm. Okay, drei. 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 Eins. Los. Jetzt hab ich mich gebufft und dich dadurch nicht mehr anvisiert. Oh. Mach mal noch vorm Kampf. Nee, nicht mit diesem komischen Zwei-Sekunden-Skill vom FK, der jetzt gerade verschwindet. Stimmt. Wie er wegrennt. Ja, was soll ich denn machen? Du bist jetzt zwei Minuten unsichtbar. Sollen wir jetzt im Kreis rennen oder was? Mega unnötig. Ja. Greif mich mal an. Ja, wieder, wenn du wegrennst. Na, Junge. Danke. Na. Nein. Ah, dat kannst du vergessen. Gut. Wie viel Abkling hat Ladung? Lol. Tja. Wieso hab mich daten getroffen? Wieso hab mich daten getroffen? Ja, weil du ein bisschen zu spät warst. Ey, wieso stun dich nicht? Alter, ich hab nen FK an. Nein. Wow. Nice. Ey, fick dich hart. Nein. So langsam. Scheiße. Wollst du wieder Ladung machen oder was? Ja. Ja, es läuft wenigstens mal ausgeglichener als beim letzten PvP-Event. Ja. Da hatte ich ja nicht einmal gewonnen, glaub ich. PvP-Event? Hab ich dat grade gesagt? Ja. PvP-Video. PvP-Event. Alter. Was geht bei dir? Ich hab gedacht, dat ist mein Kostüm die ganze Zeit. Aber dat ist dein Norm-Damage. Ich dachte auch mit Trasch. Das ist eiskalt dein Norm-Damage. Echt jetzt? Ja, Alter, ich hab 72er Dolch. 5 plus 6. Ja, aber trotzdem. Ich hab gar keine Resi mehr drin. Oh. Hat man gemerkt. Oh, warte mal. Guck mal, äh. Ich will mal Ladung machen. Wären von deinem 20er oder so, okay? Äh, mein 20er lädt. Oh. Aber ich kann ja von diesem Reichweiten-Dings machen. Oh. Mach mal Ladung. Okay. Okay. Jetzt hau mal drauf. Naja, da mach ich dir mit nem Norm mit. Pfff. Nö. Ja, okay. Der Schub ist auch mehr als... Ey, dich will ich killen jetzt hier. Bam. Doch, klar. Dich killen. Fuck you. Boah. Der Schub ist ja lol. Boah, ich weiß, was ich mache. Ey, killt mich mal. Okay. Echt jetzt. Mach doch durchdringender Schuss. Danke. Also man merkt den Unterschied auf jeden Fall. Ja. Da bin ich ja schon mal zufrieden. Alter. Alter. Das ist Level 68. Ja, ich weiß. Gott seh. Mit ner 7 plus 6er Wache. Ey, und jetzt lässt der mich so kurz noch leben? Okay. So, der 10. Ich wollt' den. Ich sollte gerade eigentlich was anderes machen. Hey? WTF? Illuminati? Ich lasse durchkommen hier. Äh, ja. Auf jeden Fall. Kann ich mir jetzt mal bitte den SP anziehen. Hä? Ey, jetzt hab ich nen Scheiß-Effekt. Ja komm, ich geh weg. Jetzt zieh dich um. Ja, kann ich nicht. Was? Ey, Stefan, du hast da so'n Effekt. Ja, seh ich. Warte, ich mach'n weg. Noll. Scheiß Kostüm. Jetzt hast du zwei Effekte. Jetzt lass' ich dich leben. Nein. Ja. Du hast den Plan durcheinander gebracht. Nein. Echt jetzt. Sieht voll scheiß auf. Ich hab' doch, ich hab' auch einen. Der ist Job 1. Meiner ist Job 5. Den hatte ich noch nie an. Ey. Hör mal. 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 Ich hab' nicht mal die Minis. Ja komm, lass' wir mal im WK machen. Okay. Ich denk' mal, wo man das Equip auch mehr merken wird, ist im Akt 4, wenn nicht gegen jemand kämpft, der nicht die Resi drin hat. Ja. Soll ich mal einen Hit machen? Ja. Alter. Ja. Der gibt... Alter. Der gibt mir... Der gibt mir einen Dauer... Alter! Wenn der mich jetzt noch mal... Was ist los? Jetzt lass mich weg hier. Boah. Ey. Lol. Stefan, kill mich mal. Ich hab' keine Residen. Ja. Ist klar. Na ja, der ist wenigstens bei dir mal nicht PvP geskillt. Ohhhh. Ey, ich hab' meinen auf ELE geskillt. Bring voll viel jetzt. Erstmal laden. Ah ja stimmt, jetzt Minterskill ja was. Manchmal bringt auch der was. Manchmal bringt auch der was. Meiner ist komplett allwound geskillt. So wie eigentlich fast alle meine SPs. Ach. Weil ich die eigentlich gerne... Bei mir ist der Draco oder Dracula. Weil ich... Ich gehe eigentlich nie Arena für 101 und so. Außer sowas. Um mal ein bisschen zu testen. Und der einzige BVP, was ich mache, ist Akt 4. Aber die SPs möchte ich auch so anziehen können. Von daher reward. Oh ja. Bist du voll? Nee. Ja, meine Rüstung hat ne geile Ladungseffekt. Warte. Ähhhh. Ne warte, das war gar nicht auch meine Rüstung. Ne, die hat ne MP-Erholungsrate. Aber man hat allein von Krem hat man was geiles. Ja, das hab' ich. Ich hab' die andere, finde ich. Hier, sagen wir. Okay. Drei, zwei, eins, los. Wo kam denn der Frost her? Ach, von meinem Kostüm. Alter, keine Schlitte. Scheiß auf Elidon, ich mach' das ohne. Ja, okay. Easy going. Oh, kurz Relog. Hahahaha. Jaaaah! Im Speer machst du mich egal in welcher SP platt Das werden wir jetzt wissen Das ist einfach ein Phänomen Okay Lass uns gleich versuchen Eben laden Gegen WK oder was? Ja, ja Okay Sailor Wart mal, ich hab wieder eine Notiz Da schreibt mich jetzt noch einer wegen der Leid an Bin mal weg Okay, ciao 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 Da hat er aufgelegt Der schreibt mir, der würde mir ca. 14 Kaka dafür geben Kann er vergessen Sag 15 und dann, wenn der sagt ja, dann verkauf die Ja, stimmt Zu easygoing 5 Kaka gewinn gemacht Ja, okay Go Ja, 3, 2, 1 Go Oh, nee Ich hab's verkackt Oh Junge Na ja, sollte ich ja mittlerweile kennenlernen Alter, ich hab noch nicht ein Hit gelandet, danke Das kannst du vergessen Das kannst du vergessen, Junge Dein Speer ist irgendwie behindert Ja Ja Wollen wir Speer tauschen Nein Deiner ist höher, deiner hat eine krasse Perfi und der ist PvP geskillt Hast du mal Lust, jetzt irgendwie eine andere SP? Ja, wie eine andere? Wir wechseln doch die ganze Zeit Ja, ich mein jetzt mal gucken, gegen welche du am meisten Schnitte gegen meinen Speer hast Okay Also ich hab jetzt wegen deinem Equip, ähm, außer mit Speer geht, mit keiner SP mehr Schnitte Ich re-lock mich mal eben Okay Boah, gut, ich muss nicht zensieren Channel Wat war dat? Äh, 6 Also ich kann dich nur noch im Speer besiegen Ja, dat stimmt Dat haben wir jetzt rausgefunden Ja Bist du? Da Ah, hier FK oder Ganna Ich weiß, der ist nicht gejobbt Wird jetzt aber bald passieren Wenn, 20 Sekunden ist mein Buff weg Warte eben Ich muss eh lagen Okay Also dein Speer ist schon nicht schlecht, das kann man nicht anders sagen Ja, mega luck Bist du fertig? Ja, warte Also ich glaub, da kannst du auch, könntest du irgendwann irgendwie ziemlich viel Geld für verlangen mit dem Slates Ja, ich mach den auf 99, da kannst du aber glauben Wieso willst du den verkaufen? Irgendwann Ah Wenn ich genug Geld hab, mir ein plus 13 zu holen oder so, weißt du? Okay, go 3 2 1 Go